Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen die Make-up Marke von Neonail testen, also Neomakeup. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, meine Haut ist rebellisch, denn ich habe eine Erkältung, aber sie ist schon wieder am Abklingen, Gott sei Dank. Und dementsprechend ist es um die Nase rot. Gut, das ignorieren wir jetzt einfach mal und wenn da halt auch dementsprechend gleich vielleicht die Foundation nicht ganz so schön drauf aussehen sollte, dann ist das halt so. Ich habe mich tatsächlich anfixen lassen von Maxim. Ich weiß, ich erwähne ihn immer wieder, aber das ist halt einer der Beauty-YouTuber, die ich unheimlich gerne gucke. Und er hat das auch vorgestellt und ich starte hier mit dem ersten Produkt. Das ist der Primer und die heißen alle Neomakeup Intense Serum und dann kommt das nächste. Das hier ist jetzt der Pure Perfector Skin Improving mit, ja, Primer ja in dem, oder Perfekter, ne. Das ist mit Niacinamid, Hyaluronsäure und Centella Asiatica. Es sieht wunderschön aus und da können wir mal gucken, ob ich das vielleicht sogar schon solo tragen könnte. Also ich werde die Foundation drüber geben, das steht außer Frage. Aber wir gucken uns das mal an. Oh, schön, das ist, glaube ich, so ein Hochdruck-Ding, ne. Oh, mag ich ja gerne. Und diese Kügelchen, ja, die platzen halt auf und da ist, glaube ich, dann der Wirkstoff drin oder ist das Tönung? Es riecht wie Pflege, es fühlt sich an wie Pflege. Es ist jetzt nicht zwingend als Primer zu sehen. So schaut es dann einmal auf dem Gesicht aus, auf einer Seite. Fühlt sich echt gut an. Sehr flüssig. Einen leichten Glow sehe ich auch auf meinen Händen, ne. Und das habe ich dann auch dementsprechend im Gesicht. Das mag ich sehr, sehr gerne. Aufregend. Wobei das natürlich jetzt so, wenn man das drauf macht, nicht hübsch aussieht, ne. Aber man verteilt es ja. Dann mache ich doch mal weiter mit der Foundation. Hier haben wir auch Niacinamide drin, Vitamin E und Lichtschutzfaktor 30 ist sogar mit drin enthalten. Das ist aber eher für mich so on top, denn ich habe ja so oder so einen Lichtschutzfaktor auch schon auf meinem Gesicht drauf. Sieht jetzt nicht so unfassbar hübsch aus, ne. Also das ist jetzt einfach vom Packaging her sehr zurückhaltend. Ich habe die Farbe 01 Porcelain. Und das pumpt man hier dann raus. Könnte farbtechnisch wirklich ein Match sein, ne. Das sieht nicht schlecht aus. Ist relativ fest. Ich glaube, heute verwende ich dann auch mal die Pinsel komplett von Schickimicki, die ich hier habe. Das hier ist jetzt ein Foundation-Pinsel. Ja, der hat einen peachigen Unterton, ne. Der, der Produkt, nein, das Produkt. Riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Ähm, ich glaube, es ist mir doch ein Mühe zu dunkel. Das ist, das ist, jenseits von gut und böse. Oh mein Gott. Ich muss mir die definitiv zur Seite legen für den Sommer. Denn die sitzt unglaublich toll auf der Haut. Oder verbindet sich halt auch unglaublich gut mit der Haut. Aber die Farbe ist gruselig gerade. Uh. Für besonders weiche Übergänge verwende ich gerne die Hand. Oh. Also wirklich, Leute, Butter bei die Fische. Die sitzt wirklich gut auf der Haut. Wirklich gut. Aber die Farbe geht gar nicht gut. Hm. Ich meine, ihr seht das jetzt auch wirklich mal richtig krass aus der Nähe. Die sieht toll aus. Jetzt, wenn man den Hals auch nicht sieht, ne, und nicht sieht, wie unfassbar überhaupt nicht die Farbe zu mir passt, denkt man sich auch, wow, richtig genial. Aber dann siehst du den Hals und denkst dir, das passt nicht, Claudi. Egal. Also, ich mag die Foundation, aber ich muss sie mir für den Sommer eher aufheben. Schade, das ist wirklich die hellste Farbe, ne. Dann habe ich hier noch den Concealer Skin Improving mit Niacinamid, Vitamin E und Lichtschutzfaktor 10. Und dann gucken wir mal, ob hier die Farbe Nummer 10, äh, 01 Porcelain funktioniert. Gleiche Verpackung passt schon, ne. Nur halt in Mini-Format, weil hier sind dann 5ml drin. Ne, in der Verpackung ist eine andere. Denn hier haben wir hier, 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 so ein Rausdrück-Applikator-Produkt. Gut. Ich gehe damit mal jetzt nicht direkt unter das Auge, weil wenn das jetzt auch noch zu dunkel ist, dann werde ich den ja wahrscheinlich auch gar nicht behalten. Ich drücke mir das Produkt hier mal raus. Das ist aber viel, viel heller, was ich sehr begrüße, begrüßungswert finde. Ja. Wow. Mein Kopf ist noch nicht ganz klar wieder, ne. Ich gebe mir das mal so ein bisschen unter die Augen. Ist relativ fest. Also, passt höchst. Sehr hell. Sehr deckend, aber das finde ich sehr gut. Ich, äh, mag den Concealer jetzt so auf den ersten Blick, weil sich das auch gar nicht anfühlt wie ein Concealer, sondern halt, ähm, eher wie eine Augencreme. Also sehr pflegend, angenehm. Hm, hm, der ist gut. Jo. Die restlichen Creme-Produkte, äh, Blush, Highlighter und Lidschatten-Base sind drauf. Jetzt kommen wir zum Puder. Ähm, jo. Wie heißt du? Skin Improving. Ist alles Skin Improving. Also alles soll die Haut auch irgendwie verbessern. Get the Power of Niacinamide, Mika und Lichtschutzfaktor 10 ist hier auch noch mit dabei. Jo. Hier finde ich einfach das Design von dem Produkt auch richtig cool. Und wir haben, ich glaube, alle Produkte, ne. Vegan-friendly und so ein Kram. Finde ich auch ganz nice. So ein Puffel. Okay. Also, im Prinzip muss ich das dann jetzt zudrehen. Puder in das Puffel-Ding machen. Aufdrehen. Und dann habe ich hier was drin. Und damit gehe ich dann über das Gesicht. Oh ja. Das auf jeden Fall, also macht was. Ähm, man kriegt jetzt hier das Puder nur schlecht raus, wenn man das jetzt nicht unbedingt mit dem Ding machen möchte. Da muss man quasi von hinten so gegen klopfen. Das ist ein bisschen doof, ne. Oh. Guck mal, du kannst das nicht dosieren. Ich würde es nämlich gerne mit dem Pinsel aufgeben. Das wäre jetzt so eigentlich mein Wunsch. Dann nehme ich jetzt hier mal einfach so ein. Weil ich bin ja eher so ein, so ein, ja. Äh, ne. Mensch, der das gerne mit dem Pinsel aufgibt und jetzt nicht unbedingt mit dieser Quaste. Auch wenn die Quaste sicherlich ihre Daseinsberechtigung hat. Ist natürlich auch cool, wenn du in einem, also in jedem Produkt, ne, irgendwelche Eigenschaften mit drin hast, die ja auch das Hautbild verbessern sollen. Und wenn du dann die Produkte langfristig anwendest, ähm, ja, dass deine Haut sich auch verbessert. Das finde ich wirklich schön. Jetzt habe ich das hier aufgetragen, hier nicht. Und das Puder gefällt mir auf den ersten Blick richtig, richtig, richtig gut. Schön. Das ist auch nicht weiß. Das hat eine ganz leichte Tönung mit dabei. Und die Haut fühlt sich wirklich richtig, richtig schön gepflegt an. Toll. Die sieht toll aus. Nur leider, Neo, ne, bitte bringt es nochmal Nuance helle. Eine Nuance helle raus. Schön finde ich, dass dieser Glow auch richtig durchkommt. Und dass meine Haut wirklich klasse aussieht. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren, ne. Also, denkt euch das weg. Wenn ich einen Rollkragenpullover anhätte, würdet ihr das auch sagen, ne. Wow, sieht das gut aus. Aber so ist halt ein bisschen crazy. Joa, da hat sich ein bisschen was auf meinem Gesicht getan, ne. Ich habe euch dazu aber auch ein Real, ein Short, was auch immer, irgendwie abgedreht. Ich möchte jetzt noch zuallerletzt mit euch die Mascara verwenden. Und zwar ist es die Intense Serum Mascara Improving Effect mit Wild Lash Complex, Vitamin E und Rezinusöl. Und Rezinusöl ist ja auch dafür da, um quasi das Wimpernwachstum anzuregen, beziehungsweise nicht das Wimpernwachstum anzuregen, sondern die pflegende Wirkung davon ist wichtig. Dass quasi die Wimpern nicht abbrechen. So, und auch hier wieder so ein Typchen. Dann schauen wir uns mal das Bürstchen an. Oh, krümmelt hier auf den Tisch. Ähm, ja. Sehr unspektakulär ist dieses Faserbürstchen. Riecht nach Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ähm, nee, oder? Ich finde die nicht gut. Ich finde, die macht viel zu wenig mit meinen Wimpern und also, nee, 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 nee. Vielleicht als Kombinationsmascara, dass man sagt, darüber gebe ich mir eine krasse Mascara und habe dann hiermit so die pflegenden Inhaltsstoffe, aber... Es ist mir zu wenig. Fassen wir zusammen. Der Primer, mega cool und total schön glowy. Die Foundation sitzt super auf meiner Haut, aber eher was für den Sommer, weil die hellste Farbe ist für mich leider zu dunkel. Der Concealer, auch in einer schönen Farbe. Ich denke, dass er nur wegen der Foundation so gut funktioniert. Ich denke, dass er sonst ansonsten, ansonsten, genau, auch ein bisschen zu dunkel sein würde, aber auch das eher für den Sommer. Sitzt aber auch 1A. Das Puder, ein Traum. Großartiges Produkt. Die Mascara, ein absoluter Reinfall. Total durchwachsen, die ganze Geschichte und ich bin gespannt, ob Neo Nail, Neo Makeup jetzt noch weitere Produkte launchen wird. Hier seht ihr auf jeden Fall das Ergebnis der aktuellen Produkte in meinem Gesicht. Was meint ihr? Habt ihr die schon getestet? Habt ihr Bock auf die Produkte? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkis. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!